So, erstmal die Saptanks eingesammelt. Welcher hier finden wir an Diamanten? 16 Diamanten oder 16? 14, 16, 9, einfach da unten. 16, 14 und Diamanten. Silver, nehme ich mal fest. goold. Gold, 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 gold. Gold, gold, gold! Das tat schon wieder weh. Ey man sieht weil ich überhaupt noch kein Eisen gefunden habe. Ich bin für 11 따�um aber nur noch nichts bootsigfen wirtschaftlich. Oder sieht man das echte Scheiße Moritz? Oh ne Endertruhe Hey man, Rushman Endertruhe 3, soo So, das passte gerade so mit dem Holz perfekt Ich bin nie wieder zurück Werde noch sehen Hm? Werde noch sehen Hat jetzt mal irgendwer was zu essen, oder? Nein man, ich bin grad am Stripmine Ich schon Ich will wissen wie Eisen aussieht Welches Textualback hast du momentan drin, oder welches Resourceback eingesagt? Conquest Genau, ich habe Ich hab Phase-Full 64x drin Das ist echt ganz schön kacke, ich hab's übersehen erstmal Glück auf, technischer Fortschritt Was ist das, was ist das? Eisen? Eisen Achso, ja das ist klar, aber ich meine Dass das hier da ist Oh, Kohle Kohle sieht man echt voll gut Aber... Ja? Ah, Eisen sieht man Doch, das geht klar Naja, aber nicht bei der Dunkelheit Ne, man nimmt ja auch eine Fackel mit, oder? Richtig Ja, aber... Oh man, ihr blödes Gravel Scheiße Gott, das ist Kohle Schade Hahaha Ich muss auch kein Eisen, Eisen, Eisen Das ist scheiß Textualback Das steckt ja weg Alter, was ist das denn? Alter, hier wäre ich aber auf... 18, also eigentlich müsste er ja gönnt oder besser kommen Auch auf 18 müsste ich schon noch für 18, Alter Halt mir mal ein Haus hier fertig, André Übertreib Kennst mich doch Ich lass jetzt nur jetzt da Oh, ich hab kein Holz mehr, dass ich mir eine Workman spawnen kann, Alter Irgendwie ist hier... Ach, Obsidian Obsidian ist hier Obsidian? Ja, Obsidian ist hier Oh, aus welcher Höhe war ein Lavaseen? 11? Oh, aus welcher Höhe war ein Lavaseen, 11? Was ist gestorben? Mann ey Polo 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 Ist das eigentlich irgendwie copyrightrechtlich geschützt? Hahaha Keine Ahnung Was war's? Aber sing einfach, also da... Stimm mich vielleicht irgendwann mal mit ein, aber das sieht einfach zu gut ums zu lassen Oh mein Spezak ist gleich kaputt Und ich sterbe gleich, weil ich kein Essen habe Stimmt nicht, man wird dann noch auf Hälfte der Lemo, oder du? Ich glaub Schade Jungs Ich will eigentlich pushen, aber ich hab noch Oh shit, was hab ich jetzt gemacht? Nein! Ich bin so doof Ich drück erstmal Shift, während ich mein Inventor aus Scrum & Boy erstmal 30.000 führen Gut Was ist denn von dir? Kannst du mir zwei geben? Äh, 30.000 Na klar 30.000 Na ja, 30.000 sind's jetzt nicht, aber sind schon Viel zu viele Geh mir mal zwei, bitte Wo bist denn du? Da Ja man, Moritz, was machen wir, wenn wir so einen Lugnatz Muss jemand entscheiden jetzt? Komm, Alter Gib mir Diamanten, Mann Gib mir Diamanten Ich will hier schon einen Fortschritt zum... Eisen Das ist übelst fail Ich hab jetzt das Eisen abgebaut und es wären Diamanten gewesen Oh nein Das hätte nicht gejobbt, weil ich mit einer Steinhäppenspitze geh und noch rum rushe Ich auch Ich hab irgendwas dran geloopt Aber das sehen sie ja noch nicht Ich schlug schon Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott Hast du den Namen gefallen? Gut Da haben wir jetzt eigentlich beide, äh, äh, den ganzen hoch, Temi Ich muss nochmal sehen, äh, äh, kann ja auch Split Screen machen oder so Sieben schon Ich hab das in mir selbst Ich hab das in mir schon Beweilern Den Ernst? SP-Steeler STILER Das ist alles nur geklaut Ey, was? Das ist alles gar nicht meine. Ey, wir sind voll die Faker. Wir machen voll nach. Minecraft-LP machen voll nach. Was? Wo ist das Hühnchen? War hier nicht grad ein Hühnchen? Hühnchen! Boah! Alter, ich hab weder Essen noch Fackeln oder irgendwas. Einfach rottisches Fleisch, ne? Was ist daran eigentlich so schlimm? Dass man dann Hunger hat. Oh. Oder sowieso die ganze Zeit Hunger, oder nicht? Eigentlich schon, ne? Deswegen hab ich auch grad davon gegessen, weil sonst vielleicht schon verhungert. Ja, es ist hundertprozentig Gold. Kann man Gold eigentlich mit ner... Wachs, Hühnchen. Wachs, Hühnchen. Wachs, Hühnchen. Hühnchen, du sollst wachsen. Ich hab Hunger. Oh, Redstone. Hühnchen. Wachsen. Oh, du Scheiße. Das hab ich auch. Ja, das Huhn soll endlich wachsen. Ich hab Hunger. Oh nein, da kommt ein Creeper. Ich hab nur noch ein Leben und Hunger. Ey, wenn Skype oben in meinem Bild ist, dann sieht man das dann eigentlich so. Nö. Im Creeps sind ja im Normalfall nur das Gamebendor. Also im Normalfall. Oh, so, dann geht's dann. Oh, diese Creeper reg' mich auf, ne? Oh. Oh man, jetzt ist hier Red so'n Weg. Ach, das sagst du mir grad ne Spinne hier. Das war nur ne Pflanze. Schade. Ähm, warte mal. Sind da... warte, was ist das? Da bist du so sorry? Ja. Toll. Ja, Alter, was geht hier ab? Das hat sich so komisch an gehört. Im Dorf, da stehen zwei Skeletts... Zwei Skelette. Zwei Skelette mit... Eins mit Rüstung rum. Die stehen beide von meiner Haustür. Und ich hab nur noch einen Leben. Und die Tür ist glätt. Und die Tür ist glätt. Oh. Spinne. Malerfucker. Darabau. Darabauke. Auch mein Fernseher schaltet sich gleich aus. Das sehen sie auch nicht, ne? Das Ding. Das könnt ihr kurz sehen. Oh man, ich hab so viel Gold schon gekauft. Nein! Das ist ein Lube, ey. Ich hab dich bestimmt mal auf sein Haus geschaut. Was? Nein! Hm, im Ohr ist ein bisschen Labe gefallen. Nein. Ach man, ey. Ups. Nein. Scheiße, Alter. Was geht denn hier ab? Oh, Eisen. Ich will mein Eigentum. Ich hab so viel gefunden. Oh Gott, auf einmal ein Lack. Ich hab zum wie lang. Oh, Alter. Ich hab keine Spitzwacken mehr. Alter, was ist das denn jetzt schon wieder? Haha, Danny. Hier ist so Luca. Luca, was machst du in meinem Haus? Wo sind meine Sachen? Ey, das ist mein Haus hier. Ja, das ist dein Haus. Achso, da drüben ist mein Haus. Was? Verdammter Baby-Zombie, ey. Verdammter Baby-Zombie, ey. Ich hab so viel gefunden. Oh, ohne. Ich hatte so viel. Ich hatte... Boah, weiß ich gar nicht, was ich alles hatte, ey. Ich glaube, es war Zuri. Ich hatte fast ein Dreck Eisen. Oh. Echt? Alter, was ist das denn? Ich war in so einer fetten Höhle. Ich werde mal mitkommen. Ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Jo. Wo sind die ganzen Häuser denn hier? Ja. Siehst du, Moritz? Luka... Ey, Moritz, was soll das? Alter, bist du. Ja, hier, warte. Warte doch. Gib mir meine Sachen wieder. Warte doch. Ey, da stirbt man hier einmal und schon sind alle Sachen weg. Ja, richtig. Oh Mann, das ist so AIDS, dass ihr jetzt alle eure Häuser gebaut habt. Wieso habe ich eine Tür? Warte, Juni. Weil ich eine Über hatte. Mh, mh. Der liegt alles. Der will mich manipulieren. Dankeschön. Ich habe hier nur noch ein Leben gehabt. Ich bin leider, wo ich vorher schon war. Ey, Luca ist aber mein Haus, Luca. Ey, geh weg. Das ist mein Haus. Jetzt schon. Na gut, wenn ihr jetzt alle schon so schöne Häuser habt habt, dann war ich woanders. Was heißt hier schöne Häuser? Diese potten hässlich. Ja, geht eigentlich. Also Moritz, ne? So, so. Also ich wäre schon dafür, dass wir das Dorf zumindest auf einer Stelle bauen. Stimmt, das ist auch gar nicht nachgemacht aus Holz und Stein und so. Hä, was ist hier nachgemacht? Mein Haus sieht ganz anders aus der Träume, ja? Oh Gott, ich sterbe. Mein Haus besteht zu 100% aus Birke. Echt Birke. Spinnen. Spinnen, hallo, helf mir doch eben, Moragos. Wurde von Spider erschlagen. Wurde von Spinnen. Ey. Da denk ich da ist Eis und dann flieguty hinfassen! Oh Gott! Hilfe, Creeper! Oh, das hat gerumst! Oh Gott, Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe. Ich kann dir nicht helfen, ich hab' selbst nur noch ein Leben. Kein Ding. Entschuldige, aber ich kann dir nicht helfen, ich hab' selbst nur noch ein Leben. Mehr Spinner. Ich hab' wieder volles Leben. Ich nicht, ich hab' nur noch eins. Alter, was ist denn los? Gib mir, lass mich bei dir rein. Gib mir die Tür auf, danke. Geh' doch einfach rein. Gib mir dein scheiß Fleisch. Alter, wer ist denn, dass du mir Asyl gewährst? Oh Gott, ein Skelett, was soll das denn? Ich brem mir kurz in meiner kleinen Ecke was, ne? Dann lass' den Ofen hier. Äh. Lass' den Ofen als Pfand hier, dann hab' ich selbst einen. Ach, nur noch den zweiten, aber. Oh, ich weiß, was wir machen bei unserem Haus. Wir machen so oben ganz heiß aus dem Ofen, dann so ne fette Lager auf einmal und was. Oben ist, äh, zwei Geschosse oder ein Erdgeschoss, also ein unterirdisches Geschoss. Also, so drei, also drei, wo man stehen kann mit einem extra drüber, weiß ich, ja. Ich seh' jetzt grad' so scheiße aus mit diesem Astronautenskin und dem Lederhelm. Hm, Tim hat sich so'n durminer Lederhelm gebaut. Ne, den hab' ich so'n, äh, so'n Skelett abgenommen. Oh. Ich bin wieder runtergefallen und hab' Fallschaden bekommen. Ich bin nicht ganz. Luca! Wo bist du runtergefallen? Bist du hier bei meinem Haus runtergefallen? Ja, ich bin schon zweit und halb hochgegangen und runtergefallen. Das hab'... Ne, ich hab' selbst nichts mehr. Ich bin selbst am... Was? Wie lange ist eigentlich schon Nacht? Zu lange. Oh Gott, der Enderman ist hinter mir her. Ja. Ich... Moritz guckt die ganze Zeit die Enderman an. Hm, der Enderman ist hinter mir her. Ja, komm, ich bin im Wasser. Sehr spannende Folge, grad auf dem freien Mann hier. Guckst du, wie mein Eisenb... äh, brennt? Ne, ich bin mir folgen. Ah, der Enderman steht neben meinem Haus. Moritz schlagt nicht mal. Er hat eine Blume geklaut. Alter, wenn er mein Haus auseinanderlinde, dann bringe ich ihn um. Dankeschön. Luca wurde von Moritz Nexus erschlagen. Er wollte. Warum? Wo ist er? Wollte extra. Schwer. Noch ein... Warte. Ein So-Crafting-Feld F8-Ding ist das, ne? Ich bin voll in der Ecke. Ich hab' keine Chance. Da kommt ein Baby zu mir. Baby zu mir, Baby zu mir, Baby zu mir. Schreie. Ey, ich wollte sich mein Dreck nehmen. Ah, Dreck nehmen einem hofflitten Enderman, ey. Das ist so gruselig. Wann ich schaum, was ich anhabe? Yeah! Steiner. Noch ein So-Crafting-Feld F 9-Crafting-Feld F8-Ding. Na, der Enderman teleportiert sich hin und her, wer hat ihn angelockt? Was? Ach, Moritz, ey, du bist so... Ich hirn amputiert, Entschuldigung, ja, aber... So... Jetzt bin ich mit der Wasser. wo ich hin muss wo bist du... ach shit, falscher Befehl warte, ich will den Enderman, nein so, das wollte ich du bist in meinem Haus Luca mach die Tür zu ah Gott, ich sterbe wie der Enderman sich anhört, voll wie Slenderman hier du brauchst aus dem Geschlangen, du brauchst aus dem Geschlangen hier reinkommen ist es, Gott freut, du machst das einmal sag mal, Ole, hast du kein eigenes Haus da drüben gehabt? ne, ich brauch jetzt nur das Essen war da nicht irgendwas, dass du dein eigenes Haus mit eigenem Ofen hast? mein ganzes Eisen hab ja auch mein Eisen zu klauen, Timmy, hast du grad echt ein Eisen geklaut? und die Erfahrung auch noch, das ist das Schlimmste! gib ja ich hab ja keine Erfahrung mehr, hab ich früher ja hat schon irgendwann ein Bett? ja ja ich hab ja auch schon Material besorgt dafür, aber ich hab auch nichts gebaut ja der Eisenbeinsschutz ist auch das hier weiblich auch so mal ein Tektion dann wird mir irgendwer Holzgeil geben kurz ja ja, was mach ich denn, ey, bin ich doof oder so? mhm ja, das weiß ich selber, Ole, vielen Dank Mann, mach doch mal meine Tür zu, wenn hier schon reinkommt Luca jetzt nicht klauen hier, ne? ey kann ich ein bisschen Holz anbauen? oh, äh, Moritz mal nicht oh mein Gott ey, den Holz? nein, du kriegst gar nix, du hast ein eigenes Haus zumindest gar nix, du wolltest du damit anfangen kannst du heute abbauen, Moritz, wenn du möchtest was macht ihr eigentlich gerade alle in meinem Haus? oh, mal sehen gefragte, Lukas ja, Moritz nicht und Moritz hast sogar noch die Türfen, wenn er reinkommt ey, was? ja, Moritz raus hier ey, ich geb mir mein Kram wieder zwei Stöcker hab ich's genommen mal mit mir verarschen ne, ich hab mir meine Stöcker wieder genommen das war bislang die Regel, dass das immer so war Simi, soll ich dir ein bisschen Kohle hier lassen? naja zwei Stöcker von 24 ja, das ist nett, dankeschön 64 Stöcker, ey was hattest du hier? 64 64 Stöcker und er ey, mit zwei Stöcker Mann, ich will jetzt mein Home setten, ey wird wirklich die Tür in der Mitte als wäre es ja jetzt der Boden ich glaube nicht wenn du einfach in mein Haus reingehst und aus meiner Kiste klaust hab ich gefragt? wenn man vorher fragt, ist es was anderes wenn man nicht klaut nein, du hast wohl nicht, du hast gesagt, ich nehm mir meine zwei Stöcker ich hab gefragt, ich wollt's das ne, ich will sagen, ich hab's genommen ja, okay aber negative Antwort heißt auch, dass du's nicht darfst nö, du hast gesagt, nur fragen Timi, muss ein bisschen spezifischer werden du krieg mal so'n Pferd Fleisch raus, das sehe ich gleich das Pferd, wenn ich mich eben schaue nein, nur noch auf voll unnötig ja, trieb's daraus Fleisch ach, shit ey ja, sorry Timi, du bist so'n Arsch, ne Timi ist gestorben, haha Timi, der Bock, ne im Essen mehr im Essen mehr Stefan ja, mein Haus ist der denn schon irgendwie Sachen aus Eisen? ja, ich hätte ganz, ich hätte müssen ins Deck ein ja, die Schweine oh Gott, da hinten sind Kühe, oder Schweine, Schweine sind das Schweine? Schweine? ja, das sind Schweine, aber nicht nein, bin ich ernsthaft es rindert nicht, es rindert nicht es gibt Essen, wo gibt's Essen? ich will auch nur bei mir mein Essen ich will Schweine so und geh aus meinem Haus, Moritz ach, die Fresse ich sammle erstmal dein Kram, er liegt immer noch von meinem Haus mein, hör doch auf, du Mongo oh, wie du mich aufregst meine Fresse die Schweine Textur sind irgendwie falsch rum, oder? ich will nur mein scheiß das baum wir haben schon fast eine Stunde auf dem freien Mann aufgenommen hier aber wenn du jetzt hier mich tot schlägst, ne ja, was dann, was dann? Timi Bunny haha Timi Bunny Alter scheiß Babyzombie Luca hat dein Ding geklaut, dein Holz das war nicht mein, was war dein Holz das hast du gedroppt, als du gestorben bist ja, jetzt geh her, Luca ja, dann lass mich den Hörer auf, wenn du schlägst ja, dann gib doch her, du Mongo oh, meine Fresse oh man, das lädt nicht nach hör, hör doch auf so ein Arschloch, Alter das ist ja nicht mehr normal, was du für'n Arsch willst ja echt das mach ich ja nicht mehr Hörer, ich hab heute eigentlich Bier gefahren